Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Kann sich ja ein bisschen mit der Karte mal vertraut machen. Bin ich schon. Ah, noch was, mein Freund. Das habe ich völlig vergessen. Du musst dich mal stumm schalten. Ich höre dich nämlich im Spiel. Ja, okay, okay. Jetzt noch einen zweiten Trecker zu holen, ist ein bisschen schwierig. Also jetzt in der Woche, was bei der LFM nämlich ist, gibt es nämlich ein paar Superstrecken. Wie gesagt, ein Heidmittag, um... Ich weiß gar nicht, wenn die wieder auf dem Server sind, bei Humor. Dann werde ich nämlich nochmal mal reinkommen. Wie gesagt, die Grüße gehen raus, ihr Lieben. Oh, komm mal. Boing. So. Oh, ich bin groß. You were stealing the film. Ja, dann kannst du hier nicht, dann kannst du hier nicht fehlen. Ich bin im... Bin gleich voll. Deswegen. Der muss hier auf Anhänger länger... Anhänger länger schneiden. Anhänger länger. Nix machen. Ja. So. Warum ist einfach geholt weg. Aber ich darf dem Baum nicht fehlen. Wieso darf ich schnell nicht fehlen? Darf nicht fehlen. Bist du in meiner Farm drin? Ja. Äh... Ach nee, das ist Helfer. Ja. Ja. Lass ihn doch los. Ich gebe da mal einen Tipp. Mach den immer von der Seite. Der Stab kommt noch drauf. Dann fährst du... Lass sie am besten so liegen, wie sie sind, weil die fliegen sowieso während der Fahrt ab und zu mal runter. Nee, ich bin nicht so festgemacht. Ja, warte, warte, warte. Nicht festgemacht. Ich bin ein Profi in Holztransport. Guck mal, auf der anderen Seite kannst du noch laden. Ich weiß. Wie anders war? Perfekt runtergeholt. Haha. Ja. Wie anders war? und einmal wieder zum alten, zum neuen Sägewerk, ne, nicht zu unserem. Boah, er hat sogar um. Jetzt hast du mal eine Schaltung drin. Klar, ich hab Bremse drin, ich hau mal raus, ich hab die Handbremse drin. Drück mal Leertaste. So, jetzt kannst du. Wo sollst du das hin? Äh, Sägewerk hier direkt, nein, näher, mach die Karte mal auf, guck mal. Ja, ich muss grad mal gucken, wo wir stehen. Das ist direkt hier Sägewerk, links schräg gegenüber, dann passt das. Okay. Hm, 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 hm. Okay, Xie zockt mal wieder, äh. Schön. Hast du mitbekommen, das neue Arc, das Remaster? Naja, wie nicht. Geile Sache, ey, richtig geile Sache. Uff. So, weil wenn du nämlich dann... Unter, unter! Vielleicht solltest du grad... Ja, also ich will nicht sagen, aber ich hatte ein leckeres Traktor umgekippt. Hm. Oh nein. Steige aus. Steige. Warte mal, ich ziehe auf den Hänger. canned winnen. Maron, klar. Wir sind jetzt hier auch relativ gut verwendet. Ja, damn, genau. Es ist ein kleinespei Team in der Nick Das ist schwer warte mal nix mache so du darfst nicht mehr als 30 waren ansonsten fängt an zu kippen weil er überladen was haben wir denn gebraucht waren super es war klar ich fahre drüber kein zug zu sehen auf einmal fliege zukunft zu meiner verteidigung ich habe jetzt schon ewigkeiten keine erlässer gezogen normalerweise zog ich ja so mit lenker alles gut man kommt redig um macht das mal perfekt weiter weiter nichts machen nichts machen weiter ich ziehe ihn zu dir hat er ist wunder von den schienen so wir gehen uns mal die achterbahn mal angucken wie weit die schon ist ich habe mit tastatur nicht so das gefühl wie mit dem lenkrad da kann ich nicht drauf ich glaube ich dir kann man hier irgendwie drauf gehen oder so mach mal was anderes gucken wir uns das mal an hier ich bin da abgerutscht so zack gucken wir uns mal den sicherheitsstandard hier mal an ja aber wie viel eisen da reingeht aber du merkst halt der server leckt ein bisschen siehst du an den baum stemmen ja ne du darfst nicht mehr als 30 fahren weil wenn du mehr als 30 fahrt dann ist klar dass es passiert meinst du darfst dann auch mit der achterbahn fahren wenn die fertig ist keine Ahnung ja wow das ist schon krass krass hier ist noch ein stück hier komm hier wird schon gebaut da oben sascha hört jetzt immer das lied ich und mein holz ja das ist schon krass das ist schon mega da hatte ich schon mega lebt denn der alte holz michael noch ja er lebt denn der justin noch der justin noch holz michael noch so dann werde ich uns aber jetzt erstmal unseren weg freimachen dekoration einschaftsbau malen hat sie halt die kappe krass ne alt boden so wo sind hier die verkaufsfälle du musst zu den schienen fahren mhm so da ist noch ein baum okay voll ähm kleiner so 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 wie haben wir das alles weg perfekt schön da machen wir mal auf jeden Fall Alter war das ein Leck ja ich weiß Alter also michael hat gerade gebaut ach ja was mich so richtig abnervt ne beim LS ist dass die Autos nicht bremsen denen ist scheißegal ob du raus wirst oder nicht das stimmt die halten einfach drauf das nervt so hart ich will mal gerade was gucken ob er das übernommen hat bleibt mal stehen ich nehme mich gerade mal raus gange so hast du ihn fertig alles verkauft ja perfekt perfekt nichts seit nur Finanzamt okay ich brauche mir die Holzfräse so dann stell mir den Wagen direkt hier links wieder hin da kannst du nämlich direkt hier den kleinen dem Kram dann benutzen kann ich hier den am dicken da direkt mal wieder voll machen weil wenn wir jetzt noch klein auch das gestrickter wegbekommen dann passt es wirklich wunderbar so mach dich dann mit stopp kannst du abkoppeln danke dir hier kommt und sag schon als vorst den Kram hin denk doch dass du die Spitze hoch machen musst die was die Spitzen von dem Kram die sind oben okay dann habe ich ja noch mal Glück gehabt so dann passt das ach meine Güte ey das ist so ein manchmal kannst du kannst du Kram einfach wegschmeißen wir reden ja jetzt schon wieder über einen neuen LS LS25 ja genau deswegen sage ich hast du schon mal die Story da mitbekommen was die da bei Cornhub ich habe nur bei Ansgar gesehen bei Mplay so die Dinge die die man sich für ein LS wünscht da Story Modus und alles das war's aber ja das ist also ich muss ganz ehrlich sagen das ganze Rollplay was es da gibt ist zwar alles schön schön und gut das sage ich wirklich nichts dagegen aber ja was ist eigentlich wenn du ich meine so als just for 9 ja wenn du einfach das sagst du beginnst deine Karriere als eine Ausbildung ja dann kriegst du das so eins und eins wirklich mal so nachgemacht ich meine für mich wäre es auf jeden Fall sehr interessant ja definitiv weil ich sag hier nur mal bei mir auf der auf der Haut Belerand mit dem mit dem Thema mit dem Thema Milchviehbetrieb das wird nämlich auch interessant also ich kennst du das Roleplay Projekt True Farming ja das kenne ich ja da haben die das ja damals auch gemacht da haben sie ja auch einen in einem Azubi spielen lassen bei Freezy am Hof hm das ist Freezy ja am besten war immer Landhandel wo Rainer Zement wieder aufgetaucht ist Halloween oh Jesus das wäre ich hab das von Mute 1 angeguckt Ufa M2 finde ich jetzt nicht so den Hammer naja ich meine ich bin auf jeden Fall bin auf jeden Fall froh dass ich für die 19er mir dann nochmal den Liebherr Kran den Original da holen konnte oh 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 das war vielleicht ein Ding ey grad für die Alben ey ich mein ich brauch für LS wirklich nicht so ein Baufahrzeug aber ab und zu manchmal weißt wenn du so ein Kran hast und du willst halt etwas ordnen grad wenn es dann so rumspackt ne das ist halt schon es ist halt schon so ne so ne ganz komische Sache ey ganz komische Sache ey so ach jetzt hab ich ihn durchgeschickt er will er nicht durch so so mach das nochmal durch genau und ich markiere den Baum nochmal der ist ja schon gekillt aber mach nochmal nix drauf ach war nochmal nix drauf äh koppel mal noch net an ach ja ich hab nix drauf äh so so mmh ... mh ... ... .... ... ... ... ...